Wenn man sieht, was allein heute an so einem Tag los ist, kann ich es mir ein bisschen vorstellen. Ich kenne es aus den Spielen, aber nur als Gegner. Ich bin gespannt, wie es ist, wenn man als Heimteam hier aufläuft. Ich darf nicht vergessen, es sind drei oder vier Generationen. Die Leute, die die Champions League haben den wichtigen Titel von Borussia gewonnen. Und auch die Leute, die in der Situation richtig mitgekampft haben. Ich habe viele Leute hier kennengelernt in diesem Verein seit langen Jahren. Das war gestern schon ein besonderer Tag. Ich finde, es war geil, es war sehr schön, wieder hier zu stehen auf dem Rasen. Das hat man wirklich vermisst, in der geilen Stimmung hier zu sein. Das hat uns alle gefallen. Wir haben uns sehr, sehr gefreut und wir freuen uns jetzt schön auf dem nächsten Spiel wieder. Wir sind sehr weit, wir haben viel geackert, auf jeden Fall. Ich bin nervös jetzt nicht, sondern ich freue mich einfach. Die Vorfreude ist riesig bei der ganzen Mannschaft. Wir brennen drauf, aber davor natürlich der Februar. Und ja, jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit. Und ja, wir geben Gas, sollen im Training noch weiter arbeiten und dann bereit sein. Ich habe dieses gute Gefühl. Ich habe auch gestern mit Michael gesprochen. Mit neuen Trainern. Die Jungs hatten jedenfalls wieder Lust. Ich glaube, hat Borussia jedenfalls eine gute Saison zu machen. Er hat etwas verändert, aber bis jetzt alles. Also 80 Prozent ist gleichgegeben, ja, bei seinem Training. Auf jeden Fall merkt man die Konkurrenz und auch die Qualität im Kader. Jeden Tag, wie wir arbeiten, es macht Spaß. Man entwickelt sich weiter. Man kann sich auch von den anderen Spielern viel abschauen. Und ja, das wusste ich auch, bevor ich hierher gekommen bin. Und ja, so kann ich mich, denke ich, auch am besten weiterentwickeln. Und ja, es macht auf jeden Fall richtig Spaß. So ein Spieler hat Borussia vielleicht ein bisschen gefehlt. Die anderen, die Jungs hier, diese Position spielen, machen auch richtig gut. Aber du brauchst so, wie kann man so sagen, so ein bisschen so Trecks. Diese Faison, zwei Kampfe, richtig. Und dann zieht auch die Jungs mit. Und das, glaube ich, wäre jedenfalls um Borussia zu passen und die ganze Mannschaft zu pushen. Passt? Merci, Dankeschön.